Am heißesten Tag der Woche habe ich heute beschlossen, nehme ich diese Episode für euch auf. Mein Ventilator ist so warm im Hintergrund, deswegen wird es hier schön warm. Aber es gibt auch schön viele Infos, wie du, vielleicht wenn du gerade am Anfang deiner Ricktruding-Karriere stehst, optimal durch die Gespräche gehst und vor allem, was Red Flags sind. Starten wir also rein. Starten wir also rein. Start-Check machen, den ersten, ja, ein bisschen Test, passt die Person ins Team, gibt es da schon mal einen Fit? Hat sie schon mal, ich sage mal, inhaltlich genug Ahnung, dass es überhaupt Sinn macht, mit dem Fachbereich loszulegen? Dann sind wir mal ganz ehrlich, der Fachbereich hat logischerweise andere Dinge zu tun. Ich nehme ein Beispiel, zum Beispiel rekrutiere ich gerade eine IT-Stelle, das heißt, das Tech-Team ist natürlich anderweitig beschäftigt und da kann ich nicht mit jedem Kandidaten kommen und sagen, hey, sprich du doch mal mit ihm, mach du das mal, kümmer du dich darum. Sondern genau das ist ja unser Job im Team People. Also wie geht man oder wie gehst du optimal damit um, um so den ersten Check zu machen? Und vor allem eben, wie schon vorhin gesagt, woran erkennst du, dass es wirklich so gar nicht passt? Und da gibt es verschiedene Hinweise darauf. Und ganz wichtig, ich habe bei uns die Regel, wir arbeiten mit einem Sternesystem, das heißt, es gibt eine Evaluation nach dem Gespräch und da wird durchgegangen, hey, wie sehr erfüllt die Person welches Kriterium? Und da nehme ich jetzt schon was vorweg, auf das ich nachher auf jeden Fall zu sprechen kommen wollte, ist, ist es vernachlässigbar, wenn das nicht so optimal ist? Oder denke ich mir, nee, das ist ein Must-Have, das geht auf gar keinen Fall, dass die Person da nicht hinhaut oder die Skills nicht matchen oder es von der Person nicht genau passt. Also das heißt, was du auf jeden Fall brauchst, sind Reflex-Indikatoren. Wir haben jetzt zum Beispiel bei dieser IT-Stelle einige knapp 100 Kandidaten und die filtre ich natürlich vor. Nicht mit jedem gibt es ein Gespräch, logischerweise. Manche merkt man sofort, okay, vom CV her, vom Anschreiben her, das passt nicht, die suchen was anderes oder wir suchen was anderes. Dann gibt es die Erstgespräche und nur, wenn das natürlich gut verläuft, dann geht es weiter in die Zweitgespräche mit dem Fachbereich. Und was sind denn jetzt meine oder unsere Red Flags? Und da sind ein paar Dinge dabei, da wirst du dir gleich denken, echt jetzt? Zum Beispiel, als ein Kandidat währenddessen ein Joghurt isst und seinen Löffel abschlotzt, ich weiß gar nicht, ob ich es hier auch schon mal erwähnt habe, wo man sich denkt, es gibt keinen Morgen mehr, dann denke ich mir schon, hallo, es ist ein Gespräch, es geht um deine Zukunft, um deine Position, um die Stelle, die dir deine Miete, Versicherung bezahlt. Wäre schon ganz gut, wenn du da ordentlich bist. Jetzt hatte ich auch die Woche einen Kandidaten, der war im Google Meet schon online, ein, zwei Minuten früher, dann habe ich ihn Punkt reingelassen, dann war er noch am Brille putzen. Und man schließt ja gerne von sich auf andere. Ich würde dann sagen, oh, okay, Entschuldigung, Moment, ich bin soweit. Und er war ganz genüsslich, hat so seine Brille geputzt und meinte, ja, ja, ich bin gleich soweit, ich putze hier noch. Und dann dachte ich, okay, ist ja nicht so, dass meine Zeit wertvoll ist, dass deine Zeit wertvoll ist und vor allem, dass ich nicht unendlich viel Zeit habe. Deswegen, was ich total gerne mache und das kann ich dir schon mal mitgeben, mach ein kleines Housekeeping am Anfang vom Gespräch. Und zwar, das Erstgespräch geht bei mir maximal 30 Minuten und manchmal höre ich dann einen Aufschrei und höre, ah, das ist viel zu wenig, da lernst du die Person gar nicht kennen. Doch mit dem richtigen Gespür und den richtigen Fragen finde ich in 30 Minuten wahnsinnig viel raus. Und oftmals sogar auch in 20 Minuten. Denn es gibt sie alle, diese Fragen, wie viele Golfbälle passen in ein Smart und so weiter. Das sind alles Fragen, die lasse ich einfach weg, weil die passen bei mir ins Recruiting überhaupt nicht rein. Von denen halte ich auch gar nichts. Sondern du musst einfach wissen, welche Fragen sind relevant. Ich bin auch niemand, der sagt, hey, erzähl mir von deiner Stärke, erzähl mir von deiner Schwäche. Ich frage dann eher zwischen den Zeilen und frage, das ist aktuell der Stand bei uns, wir haben dieses Problem, hattest du schon so einmal so eine Situation? Ja, wie hast du sie gelöst? Oder wenn nein, wie würdest du sie lösen? Wie gehst du an die Sache ran? Das heißt, ich mache das sehr gern praxisbezogen. Das heißt, Red Flag Nummer 1 ist, wenn die Person einfach nicht voll präsent ist, vielleicht ist sie körperlich anwesend, aber nicht voll da, schlotzt noch den Löffel ab, ist noch am Brille putzen und ist gar nicht unangenehm, dann ist es schon so ein bisschen schwierig, wie wichtig ist diese Stelle für dich? Der zweite Punkt ist, wenn die Person sich sehr gerne reden hört. Manchmal, gerade am Anfang, ich meine, ich bin jetzt über 13 Jahre im Recruiting und gerade am Anfang dachte ich mir wirklich, ja, die Person erzählt total viel, das muss körperlich, alles richtig sein und alles voll gut sein. Klar, ich hatte keine Ahnung, ich war eingeschüchtert. Deswegen, wenn du am Anfang stehst, lass dich davon nicht verunsichern, sondern sprich mit dem Fachbereich. Was sind die wichtige Begriffe? Was sind wichtige Punkte, die die Person erwähnen oder angehen soll? Wo merkt man, ah, ist falsch abgebogen? Denn was wir alle gar nicht wollen, ist neben viel Reden auch noch ein Bullshit-Bingo. Also einfach nur Name-Dropping eins nach dem anderen. Ich haue einfach nur die Begriffe raus, die sie bestimmt hören wollen. Aber meine Frage ist ja, und ich bin da auch sehr direkt, ich sage dann, hey, jetzt hast du viele gute Projekte gedroppt. Was ist denn dein Lieblingsprojekt und warum? Oder hey, du hast viele coole Firmen gerade fallen gelassen. Erzähl mal, welches ist dein Lieblingsprojekt, Produkt, Firmenstruktur, wie auch immer, je nachdem, um welche Stelle es geht und warum? Und natürlich ist eine Sache wahnsinnig wichtig. Du brauchst Grundwissen. Ich wurde vor einem Monat gefragt, hey, habt ihr als Recruiter eigentlich auch Grundwissen? Weil ich meine, mal ist es eine Marketingstelle, mal eine IT-Stelle, mal eine Geschäftsführungsstelle. Es sind immer andere Bereiche. Kennt ihr euch da aus? Na, ganz ehrlich, ganz am Anfang nicht. Und das ist völlig normal. Deswegen hol dir die Hilfe vom Fachbereich und achte darauf, dass du dir immer mehr Wissen aneignest. Und zum Recruiting gehört es dazu, in der Freizeit oder wie auch immer, Podcasts zu hören, sich weiterzuentwickeln, sich andere Startups anzuschauen. Natürlich kann dich niemand dazu zwingen. Und wenn du angestellt bist, dann kannst du sagen, hey, I clocked off hier, ich habe mich ausgestempelt. Juck mich nicht. Natürlich. Nur der Wettbewerb schläft nie. Und ich will jetzt nicht sagen, du musst rund um die Uhr dich fortbilden. Doch du solltest auf jeden Fall ein Gespür für den Markt haben und wissen, was sind die neuen Trends? Auch sowas wie, wie steht es um die Vier-Tage-Woche? Wie viele wollen das? Ja, was sind wichtige Punkte, die aufkommen könnten? Zum Beispiel Homeoffice. Was ich immer frage, da die Position, die ich aktuell zum Beispiel rekrutiere, 100% Homeoffice ist oder hat, will ich schon wissen, hat die Person 100% Homeoffice-Erfahrung? Und wenn nicht, ist es zwar keine Red Flag, aber das müssen wir wissen, weil dann wird es auf jeden Fall anders herausfordernd anfangs. Und du siehst schon, da gibt es so viele Punkte zu beachten. Ein weiterer Punkt ist, den habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, aber du kannst dir das alles mitschreiben, wenn die Person schlecht über den alten Arbeitgeber spricht. Und zwar, wenn sie dann so ein bisschen dir Honig ums Maul schmeckt, sagt, oh, ihr seid so cool und bei euch sieht das so gut aus und so mega und bei euch will ich auf jeden Fall dabei sein. Bei meinem alten Arbeitgeber, da war das ja total schlecht und total blöd und die haben das alles furchtbar gemacht, deswegen gehe ich da jetzt auch. Aber bei euch ist es so toll. Ja, nur weil du mir Honig ums Maul schmierst, schaue ich mir trotzdem an, wie deine Vita aussieht. Und ich bin selten jemand, der sagt, okay, fühl mich mal komplett durch dein CV und dann schauen wir uns dann eine halbe Stunde dein CV an. Sondern ich gehe davon aus, der Kandidat kennt logischerweise seinen Lebenslauf. Ich habe mir den vorher angeschaut und dann geht es bei mir eher so zwischen den Zeilen. hey, damals hast du dieses Projekt geleitet. Was war deine größte Hürde? Wie bist du mit XY umgegangen? In Klammern, weil da stehen wir gerade zum Beispiel. Das heißt, ich gehe nicht den ganzen CV durch, sondern ich weiß eben, was relevant ist und habe aber alles als Passivwissen da. Was auch schwierig ist, ist, wenn die Person glaubt, alles richtig zu machen. Und vielleicht sagst du jetzt, ja klar, Mann, das sind doch logische Red Flags. Nur dann bist du im Gespräch und anfangs geht es ganz vielen Recruitern zu. Das kriege ich ja regelmäßig mit. Boah, der hat voll viel gerockt und voll viel geschafft und bei seinem alten Arbeitgeber hat er voll viel aufgebaut. Okay, und warum geht er nach anderthalb Jahren? Und warum ist er davor, oder sie natürlich, vor einem Jahr, nach einem Jahr gegangen? Und warum wechselt die Person alle ein, zwei Jahre, wenn sie so gut ist und so viele Erfolge feiert? Da musst du zwischen den Zahlen lesen. Nicht alles, was der Kandidat oder die Kandidatin dir sagt, ist natürlich die Wahrheit. Ist ja logisch. Wir wollen uns alle ein bisschen besser darstellen. Und ich sage mal, so ein paar Prozent mehr, völlig legitim, aber man muss schon die Kirche auch im Dorf lassen. Das ist sehr wichtig. Ein weiterer Punkt, der durchaus sehr kritisch sein kann, ist, ich habe es vorhin erwähnt, Zeit ist kostbar. Der Person gegenüber und mir gegenüber. Und wenn die anderen, ich sage am Anfang, ich mache am Anfang so ein kleines Housekeeping. Meine ganzen Haare, mir wird warm. Ich mache am Anfang gern so ein kleines Housekeeping und sage, hey, wir haben jetzt 20 bis 30 Minuten Zeit, in denen wir uns kennenlernen, wo ich sage dann immer gern, wo wir dich besser kennenlernen, warum du gerade auf der Suche bist und warum du genau unsere Stelle so spannend findest. Und auch andersrum, dass ich dich besser kennenlerne und ich herausfinde, würdest du dazu passen und am Ende schauen wir, ob es ein Match ist und dann erzähle ich dir, ob und wie es nächste Schritte gibt und wenn ja, wie die aussehen. Und mit diesem Rahmen, wir haben jetzt 20 bis maximal 30 Minuten Zeit, ist ganz klar, okay, so viel Zeit haben wir. Was ich wahnsinnig unangenehm finde, ist, wenn der Kandidat oder die Kandidatin einfach knallhart überzieht, also dann mal 30, 35, 40 Minuten, ganz am Anfang, ist mir es unfassbar schwer gefallen, da zu unterbrechen und zu sagen, stopp. Mittlerweile geht das natürlich und da darf ich gerade auch anderen Recruitern beibringen, wie man, abwürgen ist so ein unschönes Wort, aber wie man einfach wirklich bremst und die Zeit einhält und weiß, okay, worauf fokussiere ich mich? Denn das ist wahnsinnig wichtig. Du musst ja auch wissen, worauf fokussiere ich mich? Was lasse ich weg? Also ich habe nur 20 bis 30 Minuten. Was will ich alles durchkauen? Wo will ich weg? Und manchmal muss man dann auch die Person nicht direkt unterbrechen, aber einhaken. Und wenn sie Luft holt und eben sehr viel erzählt und du denkst, ja, klingt gut, redet ein Ticken zu viel, ist aber noch kein K.O.-Kriterium, dann hacke ich da gerne ein und sage direkt, hey, danke für diese Erläuterung, da haben wir jetzt schon viel zu gehört. Eine andere Frage, die ich habe, XYZ. Also da musst du proaktiv das Gespräch führen und das ist ganz wichtig, wenn das Talent das Gespräch führt oder führen möchte, also diese Gesprächsführung an sich reißen möchte, Red Flick, du bist die Recruiterin, du bist der Recruiter, es ist deine Aufgabe, das Gespräch zu führen. Und natürlich ist es toll, wenn es ein guter Austausch ist und kein klassisches Frage-Antwort-Verhör, doch du leitest das Gespräch. Und wenn du sagst, hey, wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit für Fragen, dann habt ihr noch fünf Minuten Zeit für Fragen. Und wenn du sagst, hey, schönes Gespräch gewesen, ich danke dir, jetzt haben wir uns schon mal kennengelernt und erklärst, wie die nächsten Schritte ausschauen, dann ist Schicht im Schacht. Ich sage nicht, dass das Talent keine Fragen stellen kann, um Himmels Willen, das kriegen wir immer unter. Nur wenn das Talent die 25. Frage stellt und du dir denkst, hey, ganz ehrlich, lass mal die Kirche im Dorf, dann hilft es auf jeden Fall zu wissen, wie sage ich da Stopp und wie hole ich die Person am Ende ab. Denn, sind wir mal ganz ehrlich, wenn mich der Job fasziniert, wenn mich die Firma fasziniert, dann will ich natürlich wissen, wie geht es weiter und habe viele Fragen und möchte noch mehr wissen, doch alles zu seiner Zeit. Wenn es gerade ins Technische geht, wie aktuell, natürlich, den Überblick habe ich auch, ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich kenne mich nicht tiefgründig aus, das ist einfach was für das Fachbereichsgespräch. Und bevor ich da was Falsches sage, kommt der Fachbereich und das ist so wahnsinnig wichtig. Also, was du wissen musst ist, wer führt das Gespräch, führst du es oder die andere Person und vor allem, wann ist Schluss, wann ist Ende und vor allem, wenn du merkst, ja okay, hier kommen wir jetzt auf keinen grünen Zweig, dann kannst du auch direkt sagen, hey, die Folge fragen können, wenn es ein zweites Gespräch gibt, da alle geklärt werden, wir sind ja jetzt am Ende angekommen, genau, und dann bedankst du dich und beendest das Gespräch und das ist sehr, sehr wichtig. Also, du siehst schon, was sehr oft vorkommt, ist, dass Menschen entweder zu kurz antworten oder zu lang, das ist glaube ich so Punkt Nummer eins, dann schlecht reden über den alten Arbeitgeber, dann nicht angemessen online sein, auch letzte Woche hatte ich jemanden, der in der Innenstadt unterwegs war und mit dem Handy online war, bei voller Windstärke, ich habe nichts verstanden, da denke ich mir, warum habe ich mir die Zeit freigenommen, ich habe teilweise, also am Tag zwischen sechs und neun Recruiting-Gespräche, da, sorry, da mache ich so ein Gespräch nicht mit, da habe ich echt viel zu tun, wir haben alle viel zu tun und ich schätze es wert, wenn man sich die Zeit nimmt, wenn man sich ordentlich hinsetzt, eine gute Verbindung hat, ein ordentliches Bild auch hat und genau, gerade im IT-Bereich, denke ich, sollte immer sowas machbar sein, doch es ist sehr spannend und du wirst auch mit der Zeit feststellen, wenn du unterschiedlichste Stellen rekrutierst, im Marketing und Sales werden die Menschen dir sehr ausführlich sehr viel erzählen, die werden ganz viel erzählen und sich natürlich sehr preisen, ist ja irgendwie logisch, weil ich meine Marketing und Sales, da geht es genau darum, die müssen gut reden können, die müssen gut sich promoten können, die müssen gut dastehen können, da muss man immer schon mal so 30% abschneiden und sagen, okay, ich schaue mir das mal unter der normalen Lupe an, nicht unter der Marketing- oder Sales-Lupe und bei anderen Bereichen, wenn, als wir zum Beispiel den DevOps letztes Jahr gesucht haben, da waren es eher sehr kurze und knackige Antworten und ja, da ist auch die Katze durchs Bild gelaufen und stand irgendwann mal eine Zeit lang vor der Kamera und ich habe mir auch gedacht, komm, die Katze da noch weg, sehe ich dich nochmal? Ja, nur wenn es fachlich eben überzeugt und das Team sagt, passt für sie trotzdem, völlig okay, okay, aber das sind durchaus Punkte, da muss man sich das Leben wirklich nicht selber unnötig schwer machen und wie gesagt, nicht schlecht über den alten Arbeitgeber sprechen. Wenn was nicht gepasst hat, okay, vielleicht hast du festgestellt, hey, der neue Chef taugt mir nicht, wir kommen nicht so zusammen, wir haben keine Wellenlänge. Völlig legitim, doch da muss man da nicht drauf rumreiten und nicht erzählen, wie blöd der neue Chef war, sondern einfach sagen, aufgrund eines Management-Wechsels gab es da Veränderungen und du hast festgestellt, du möchtest dich in eine andere Richtung weiterentwickeln und suchst deswegen nach was Neuem. Zack, boom, klares Statement, ohne groß schlecht drüber zu reden. Und natürlich, wie gesagt, viele Wechsel sind auch immer schwierig, wenn jemand nur ein Jahr wo bleibt, ist natürlich schon die Frage, okay, klappt es entweder fachlich oder menschlich oder beides nicht so gut? Ja, da gibt es einiges, wo es nicht ganz hinhauen kann. Also, das sind schon mal eine Menge Red Flags. Wenn du mehr hast, notier sie dir auf jeden Fall und es ist ganz wichtig, die Liste zu haben beim Rekrutieren. Also, im Gespräch, dass du abhaken kannst, passt oder passt nicht, passt oder passt nicht. Und was ich am Anfang angesprochen habe, ist der Unterschied zwischen Must-Haves und Nice-to-Haves. Also, wo musst du sagen, das muss sitzen, das muss passen beim Talent und wo kannst du sagen, es wäre schon ziemlich cool, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht dabei ist, kriegen wir es auch gewuppt. Diesen Unterschied musst du ganz genau kennen. Also, sprich dich mit dem Fachbereich ab und nicht nur am Anfang, sondern immer wieder kontinuierlich. Ich glaube, darüber kann ich auch mal eine Folge machen, wie der Prozess Circle quasi, wie der ausschaut mit den ganzen Loops, die man die ganze Zeit macht, die ganzen Schleifen, die man immer wieder dreht, wo junge Recruiter sich gerade denken, oh, hätte ich das halt schon vorher gewusst. Ja klar, nur vorher weiß man es nicht, weil man muss erst mal fünf oder zehn Gespräche führen, dass das bei rumkommt und manchmal muss man auch 20 Gespräche führen, doch, ja, das ist ja der Job von uns Recruitern, deswegen machen wir das ja zum Vorselektieren, weil der Fachbereich, der kommt da auf jeden Fall nicht ganz hinterher sonst. So, und jetzt habe ich dir viel erzählt zu Redflex, ich wünsche dir viel Spaß beim Rekrutieren, vor allem wenn du am Anfang stehst, schreib dir eine Liste, es wird mit jedem mal besser, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, es stimmt einfach, üben, 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 ein Gespräch nach dem anderen, schreib dir genau auf, was sind Redflex für dich, was sind Redflex für jemand anders und dann halte das fest und, ja, dann wirst du von Mal zu Mal besser und sicherer und weißt immer präziser, welche Kandidaten ihr sucht und dabei wünsche ich dir auf jeden Fall sehr viel Spaß und apropos viel Spaß, jetzt habe ich noch kurz was in eigener Sache, denn mein neues Buch ist draußen, nicht mein Zebra, nicht mein Zirkus, also wenn du Unterhaltung möchtest, wenn du entweder gerade aus dem Urlaub zurück bist und dich echt mal wieder wegträumen möchtest, weil es viel zu schnell rumging und Bock auf Namibia hast oder wenn du sagst, na, Urlaub dauert noch, aber ich habe Lust, mich einfach mal wegträumen zu lassen und Geschichten über, ja, Antilopen, Erdmännchen, Zebras und Pferde zu hören und zwischenmenschlich sehr fragwürdig, kannst du auch mal überlegen, hätte ich sie wohl rekrutiert oder nicht, meine Cowgirl-Kollegin, die Entscheidung überlasse ich dir, aber dann hol dir auf jeden Fall mein Buch, du siehst, ein kleines, schönes, feines Buch, die beste Urlaubslektüre des Jahres, absolut gutes Entertainment, wurde mir gestern gesagt, ich habe eine Zuschrift bekommen, selten habe ich so viel gelacht bei einem Buch und das hat mich total gefreut und genau das ist das Ziel, Unterhaltung, Freude und, ja, manchmal die Fragen der Zwischenmenschlichkeit, würde ich das so machen? Nein, aber andere Personen machen nochmal Dinge, wo man irgendwie mit umgehen muss, vor allem, wenn man zu zweit allein in der Wüste ist, also, du kriegst es überall, Amazon, Online-Handel, was gibt es da, Weltbild, Hugen, Dubel, Thalia, in jedem Buchhandlung, jede Buchhandlung offline, auf Amazon, Online, also, überall, wo du willst, da kriegst du dieses Buch und sogar ab nächstem, Samstag, Freitag, Samstag, ich warte noch auf die finale Bestätigung von Audible, nämlich, hast du es auch noch als Hörbuch, also, ich wünsche dir ganz viel Spaß, nicht mein Zebra, nicht mein Zirkus, manchmal ist es auch das Einzige, was einem Gespräch was hilft zum Durchhalten und damit wünsche ich dir viel Spaß mit den zwischenmenschlichen Interaktionen und wir hören uns in Kürze wieder. Hörbuch 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 Untertitelung des ZDF, 2020